Gute meine Freunde, willkommen zum neuen Angezockt bei mir auf dem Kanal. Ich bin Sascha, schön, dass du eingeschaltet hast und wir haben wieder ein Wrestling Game ausgepackt. Es ist AEW Rise to the Top, ist ein Mobile Game, das heißt ihr könnt es mit euren Handys oder hier wie ich über LD Player Plus Decks runterladen, um es zu zocken. Und ich bin jetzt in Episode 3 angekommen, ich glaube davor war alles so ein bisschen Tutorial, aber jetzt vielleicht erstmal ein paar Worten zu verpacken. Was ist das Spiel? Ich kann es noch schwer beschreiben. Also ihr seht schon mal, es ist echt AEW, also wir sehen hier Britt Baker, MJF, Puck, also alle sind dabei. Wir haben noch Chris Jericho, werdet ihr gleich sehen und und und. Also alle offiziellen Charaktere sind dabei, auch die Arenen sind nice gemacht. Vom Spielprinzip ist es so ein Geldsammelspiel und umso mehr Geld man durch Klicken sammelt, umso eher kommt man dann in die nächste Arena, kann da wieder noch mehr Geld sammeln, kann wieder seine Arenen upgraden, um die nächste Arena freizuschalten. Die Helden, die man hat, kriegt man über Shards, also auch hier kann man sammeln. Bisher muss ich sagen, ja hat es eigentlich Spaß gemacht, mich durch zu klicken. Es ist mit Sicherheit so kein Game, wo man sagt, oh das ist ein Hauptgame, da konzentriere ich mich jetzt voll und ganz drauf. Aber ich glaube, wenn man Supercard irgendwie ein langweiliges Event grindet und im nächsten Player dann vielleicht einfach das offen hat und immer mal sein Cash einsammelt, dass es dann doch unterhaltsam ist. Und jetzt war das schon meine Vorrede und darum würde ich sagen, wir gehen einfach mal in Episode 3 nach Boston, Massachusetts. Und der einzige Nachteil, den ich gesehen habe, das Spiel ist in Englisch. Ich habe mein Emulator auf Deutsch stehen, aber das Spiel ist trotzdem noch in Englisch. Ich bin jetzt nicht in die Einstellungen reingegangen. Und im Übrigen, ich werde jetzt hier nicht Story lesen, das könnt ihr dann gerne in Ruhe machen, wenn ihr es dann selbst zocken könnt. Aber ihr seht, man erkennt sofort die Charaktere, das ist schon relativ nice gemacht. Und hier sehen wir es, also hier so ein bisschen alles AEW gebrandet, richtig schön gemacht. Und unser Goal ist quasi hier oben, die Aufgaben zu erfüllen, dass man dann in das große Match geht. Wir haben hier verschiedene Ingame-Währungen. Hier kann ich nochmal in die Settings reingehen. Gibt es nichts mit irgendwie Sprache einstellen. Aber darum ist es halt vollkommen selbsterklärend. Jetzt habe ich diesmal einen Ring mehr, der Steel Cage ist neu. Hier unten stehen immer die Beträge dran und die muss man sich quasi durch Busy-Klicken freispielen. Und unser erstes Goal ist 50 Fans in diesen Dings zu bekommen, in diesen Ring zu bekommen. Und das machen wir halt einfach immer, immer Klick, Klick, Klick. Am Anfang ist ein bisschen mühsam, bis das Geld zusammenkommt. Aber es geht dann ruckzuck, dass man auch die größeren Ringe sich freischaltet. Hier gibt es ja noch verschiedene Sachen. Ich gerade habe den Schiedsrichter freigeschaltet. Hier stehen noch ein paar Leute rum. Merch und sowas wird es noch geben. Hier unten Parkplatz. Keine Ahnung, was man da alles noch machen kann. Aber wie gesagt, bisher muss ich sagen, hat es mich nicht genervt, dass ich hier mal so ein bisschen durchklicken wollte. Also ihr seht, ich habe jetzt 2K schon gemacht. Zwar noch nicht die Aufgabe fertig, aber ich kann schon den nächsten Ring freischalten. Und da wrestlen dann meine Womens, die ich habe hier unten. Das war eben noch nicht freigeschaltet. Natürlich kann man auch Werbung schauen. Die Werbung verdoppelt die Einnahmen für 4 Stunden. Ihr seht, ich habe jetzt zweimal Werbung geguckt. Darum steht hier 8 Stunden. Wenn man hier nochmal draufklickt, läuft eine Werbung ab und eure Geldverdoppelzeit wird erhöht. Dann haben wir hier Matches, die ich upgraden kann. Okay. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt sagen, dass ich noch ein bisschen spare. Die ganzen Sachen kann man bestimmt hier sinnvoller einsetzen bei den größeren Ringen. Darum, naja komm, wir machen es einmal für hier und gucken, was passiert, wenn wir den Ring auf Level 2 upgraden. Dann kommt halt einfach ein bisschen mehr Kohle rein. Hier muss man natürlich darauf achten, die Kohle auch rein zu machen. Ah, jetzt ist ein Durchlauf, dauert länger und man kann dafür dann mehr Kohle kriegen. Okay, das ist dann sinnvoll. Jetzt haben wir hier die 50 Leute drin. Dafür kriegen wir eine Tasche. Da können dann wieder Upgrades von Rookies oder irgendwelchen Ringen und so weiter drin sein. Was möchte Britt von uns? Das können wir in Ruhe lesen. Ich möchte es jetzt mal durchklicken, um euch ein bisschen von dem Spiel zu zeigen. So, Start Women's Match beginnen wir. Und die Britt Baker ist quasi unser Gegner. Also wir können wahrscheinlich gleich noch hier in unsere Wrestler erst ab Episode 3 vereinbar. Und ihr seht es, es geht eigentlich relativ schnell, bis man die Goals erreicht, um die größeren Ringe freizuschalten. Natürlich mit Upgradeten Ringen und so weiter geht das dann deutlich schneller. Ich erwarte jetzt hier auch kein wirklich tief anspruchsvolles Spiel, sondern erst mal was für das nette Ablenken nebenbei. Und wenn man hier unten mal an dem Ring dann halt nicht klickt und hier oben, wo man einen richtig dicken Schotter kriegt, klickt, dann ist es auf jeden Fall kein Verlust. Und gerade beim Nebenbeispielen in Ordnung. Also ich gucke noch ein bisschen rein. Es ist zwar mühselig, mich jetzt hier durchzuklicken, das auf jeden Fall, aber es macht trotzdem Bock, weil man fühlt sich so, als ob man immer wieder so ein bisschen Fortschritt hat. Wie gesagt, wir sind hier in Runde 3. Hier haben wir schon die 50 Fans. Was sollten wir hier haben? Geld einsammeln. Kann ich jetzt hier nochmal upgraden? Ah, ich kann meinen Wrestler nochmal upgraden. Das gibt uns wieder eine Belohnungstasche. Mal gucken, ob wir auch irgendwelche Stücke von irgendeinem Special Superstar bekommen. Nein, das bisher noch nicht. Aber wir haben schon so viel freigeschaltet, dass wir in ein Match gehen können. Fruchtig leckere Eistees und Energies. Supporte mich mit dem Rabattcode MrAngezockt und spar noch dabei. Mehr gibt es in der Infobox. Ich drücke jetzt einfach mal weiter. Ich kann meine Britt Baker upgraden. Mit 200 Stühle. Ah, die Stühle ist die Upgrade-Währung. Und hier seht ihr es, hier ist die Power, Health und Damage. Das heißt, wir spielen uns neben unseren Ringen, die ja quasi nur für die Stage sind, halt Equipment, Ausrüstung oder Verbesserung für unseren eigentlichen Superstar. Da habe ich halt gerade Jericho, ja halt die Britt, da ist unser Jericho und Semmy haben wir auch am Start. Und auch hier müssen wir jetzt nichts machen, die prügeln sich von ganz allein. Aber es dauert halt jetzt ein Sekündchen, bis hier die anderen drei Adam Page Pack dann besiegt sind. Wir sind aber jetzt natürlich deutlich stärker mit unseren Helden. Darum das geht mittlerweile recht gut und schnell. Was hätten wir hier klicken können? Nur der Jericho hat gerade seinen Supermove eingesetzt. So, das ist die große Tasche, die es dann am Ende des Kampfes gibt. Wir haben weitere Britt Baker-Stücke gekriegt, um sie abzugraden. Und gehen mal rein. Ich habe den Locker-Room angelockt. Das ist hier neben, okay. Hier kann ich meine Wrestler sammeln. Okay, das könnte spannend sein. Da sehen wir nämlich mal, wer alles dabei ist. You can buy more copies of current Wrestlers and Steel Shares to level them up. Hier können wir auch unser echtes Geld dalassen. Ich müsste jetzt quasi Semicharts kaufen. Wir haben auch genug Stühle, dass wir ihn einfach mal auf die nächste... Okay, er will nicht. Es gibt ein Freeback, die nehmen wir natürlich gerne mit. Die collecten wir direkt. Wir kriegen weitere, fünf weitere Britt Baker-Starts und Steel Shares. Das heißt, wir können noch einmal Britt Baker kaufen für Level Up. Und Jericho kostet direkt 50. Aber selbst den könnten wir uns erlauben. Kaufe ich jetzt für 18 das Upgrade oder ein weiteres Shard? Ich habe ein weiteres Shard gekauft. Grate ich sie denn ab? Okay. Echt Geld für die komischen Stühle. Aber ich denke, die kann man sich alle selbst erfarmen. Und hier für die In-Game-Währung kann ich mir auch noch mal Stühle holen. Ich weiß nicht, ob jetzt das Spiel unbedingt von mir will, dass ich die alle upgrade. Gut, wir haben eigentlich genug Stühle, um auch Chris Jericho... Es wird immer teurer, abzugraden. Wir gucken mal, wo wir sie dann upgraden können. Hier wahrscheinlich bei Wrestlers. Wrestlers, er möchte aber, dass wir back in die Arena gehen. Okay, wir haben hier MJF. Ich muss sagen, MJF hätte ich jetzt nicht direkt erkannt. Aber es kann ja ein jünger, ein junger MJF sein. So. Sammeln mal wieder unser Geld so ein bisschen ein. Wir können jetzt den großen Ring freischalten. Und hier können wir nochmal jemand upgraden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den Rookie unbedingt upgraden wollen. Wo sind denn unsere... Unsere Hauptwrestler. Also wir können den Ring schon mal freischalten. Wir haben genug Kohle. Ihr seht, ich bin noch an vielen Stellen noch ratlos. Also hier mindestens mal ein bisschen upgrade. Und hier und hier können wir jeweils wieder Kohle einsammeln. Also ihr seht, es ist ein Spiel. Was... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es macht tatsächlich irgendwie so... Jo, ich will schon wissen, was passiert. Darum klicke ich einfach weiter. Ähm... Was haben wir hier beim Match? Da können wir hier den zweiten Ring upgraden. Ich glaube, das sollen wir auch machen. Darum machen wir das mal. Und somit kriegen wir dann doppelt Geldgeschwindigkeit. Ich würde gerne noch meine Wrestler upgraden. Nicht den... Ich würde gerne... Ah, perfekt. Das ist natürlich teuer. Wir graden Jericho für 250 Stühle ab. Da sehen wir auch schnell mal, wo die Stühle dann hinwandern. Ähm... Da haben wir auch nicht mehr genug, um jetzt auch die blauen kosten 250 Stühle. Gut. Also wir haben hier wieder ein Reward. Eine Tasche, die es gibt. Und wir machen jetzt einmal das hier komplett durch. Und dann könnt ihr euch das Bild machen, ob es was für euch ist oder nicht. I hate MJF stand schön da. Und so. Wir wollen natürlich nicht in den Store. Ach, wir wollen doch unbedingt... Wenn uns das Intro das sagt, für 50 die, ähm... Dinge hier kaufen. Und was wollen wir damit machen? Also mindestens mal unser großes Geld einsammeln. Also hier haben wir, glaube ich, irgendwie jetzt automatisch durchs Upgrade eingestellt. Das ist schon mal praktisch. Äh... Wir claimen den Reward und gehen in das Main Event. Und das Main Event ist, äh... Wie der Kampf, den wir eben schon gesehen haben... Oder nein. Wir müssen noch ein bisschen, äh... Geld collecten. Spend AEW Diamonds to skip time. Nö, das wollen wir garantiert nicht. Okay. Das wollen wir anscheinend doch. Skip 4 Hours. Für 39. Und darum claimen wir den Reward. Kriegen Packstücke. Wir kriegen Tony... Äh... Shards. Und können, glaube ich, dann jetzt aber in den Abschlusskampf gehen. So, da ist es Main Event. Und während dem Main Event, ähm, erzähle ich euch mal meine Meinung zum Spiel. Und die ist ganz schwierig. Es ist so im ersten Blick wirklich ein, ja, einfach nur klicken, ne? Einfach nur klicken und mehr macht man dann irgendwie doch nicht. Aber weil jeder Klick ja irgendwie ein bisschen Fortschritt bringt, ist es gar nicht so, so doof. Ich werde es jetzt einfach mal eine Woche oder so spielen und, ähm, mal gucken, ob es Bock macht, es wirklich neben Supercard oder irgendeinem anderen Game, was man spielt, einfach nebenbei ablaufen zu lassen. Ähm, eine Woche ist ein bisschen doof. Wir haben ja Gamescom am Donnerstag. Aber, äh, trotzdem, ich kann es noch nicht sagen. Bisher, es wirkt sehr, sehr einfach. Aber auch Supercard, die ersten Matches, haben sehr, sehr einfach gewirkt. Ich weiß nicht, ob hier jetzt noch irgendwie eine richtig geile Strategie, die man da machen kann. Bisher bezweifle ich es. Aber irgendwie macht das Klicken doch ein bisschen süchtig. Wir kriegen hier Shards von Leuten. Wir schalten bestlerfrei. Wir können sie aufwerten. Also es hat irgendwas, Leute. Ich kann nur sagen, es ist nicht groß. Ladet es euch runter. Probiert es selbst aus. Ich weiß nicht, was man noch machen kann. Ich gucke mal, dass ich es ein, zwei Wochen spiele und dann nochmal ein Upgrade-Video hierzu mache. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie gern unter den Kommentaren. Schreibt mir gern mal eure Meinung zu dem Spiel und das Video. Und ob ihr auch mal reinschauen werdet oder ob ihr sagt, nee, lass mal gut sein. Das ist mir dann doch ein bisschen zu lahm. Ich weiß es selbst noch nicht. Leute, ich sage danke fürs Zuschauen. Das war der erste Einblick in AEW Rise to the Top. Mal gucken, wie hoch ich noch die Top erklimbe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.